So, hörst du den? Hörst du den da unten? Der schreit schon wieder. Komm, wir gehen mal gucken. Komm. Komm. Wer schreit da schon wieder unten? Wer schreit da schon wieder? Alexa, guten Morgen. Wer schreit hier schon wieder? Was ist los? Tja, alle jetzt, oder wie? Nee, heute gehen wir nicht raus. Es hat die ganze Nacht geregnet. Nee, heute gehen wir nicht raus. Nee, heute nicht. Guckt mal, wie nass das alles ist. Heute gehen wir nicht raus, morgen gehen wir wieder raus. Das haltet ihr davon. Ist das ein guter Deal? Ich glaube nicht so, ne? Nee, jetzt essen wir erstmal was, ne? Nee, kommt. Jetzt gibt's erstmal Essen. Dann überlegen wir uns das nochmal. Ja? Ja. So, habt ihr hier alles aufgegessen? Das ist gut. Alles hier aufgegessen. Jetzt gibt's was Neues. Junge? Junge? Ja, ich mach das schon. So, die Herren. Echt? Der erste ist für... Oh, Merlin. Nee, 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 nee. Noch nicht. Komm, hier geht's weiter. Ich hab nur eine Hand frei heute. Komm. Ja. Warte, Merlin. 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 Merlin, hier. So, heute gibt's Filet, was ganz fein ist. Und wisst ihr, was ich euch noch gar nicht gesagt hab? Ich muss euch fremd gehen. Ich muss jetzt noch andere Katzen füttern gehen. Da sehen wir uns gleich wieder. Hier, habt ihr Hunger? Ja, Sammy, hallo, mein Schatz. Komm. Komm. Milo ist auch da. Dicke. Kommt es erst noch so dunkel hier? Lass mal mal aufmachen alles. So, wer hat Hunger? Wer hat Hunger? Wer hat Hunger? Necker. So, hier ist auch Schnauf. So, dann wollen wir mal abwiegen, ne? Hört auf euch zu streiten. Ich mach das schon essen. So. Das ist für dich. Das ist für dich. Ja. Du, alter Spinner. Du hast gerade gegessen. Was bist du, ein Zirkusbär? So, komm, raus jetzt. Jetzt muss ich meinen noch mal was geben. Die haben wir schon mal wieder aufgegessen. Komm. Wartest du schon? Ja. Das ist gut. Hast du noch Hunger? Ja? Ja? Wollen wir nochmal nachschenken? Meinst du jetzt? Hm? Habt ihr alles aufgegessen? Hm? Habt ihr alles aufgegessen? So, komm. Lass du laut, komm. Na, komm. Prass. So. Überprüfen wir mal. Alles ratzefatze aufgegessen. Sollen wir nochmal einen Nachschlag machen? Ja? Na gut. Dann hauen wir dann nochmal ein bisschen was in die Pette, ne? Gut. Für meinen Katzen ist das so, die haben durchgehend etwas stehen. Zu jeder Tageszeit. Bisher natürlich nachts. Sprich, ich mache das morgens dann immer wieder voll. Und die teilen sich das Essen dann halt ein, wie sie möchten. Dadurch habe ich nicht immer den Stress, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten füttern muss. Wie bei den anderen Katzen zum Beispiel eben. Und das ist auf jeden Fall wesentlich entspannter. Und, äh... Merlin! Freund! Nein! So, Lanzelort sagt Tschüss zu unseren Gästen. Tschüss.